Die Stellenanzeige als Mittel der Wahl im Recruiting hat ja angeblich ausgedient und wird regelmäßig zu Grabe getragen. Überschrift, die Stellenanzeige ist tot. Das ist gelinde gesagt Quatsch, Blödsinn, Mumpitz, Unsinn. Natürlich muss sich die Stellenanzeige weiterentwickeln und den Marktgegebenheiten anpassen, sowohl in Form als auch in der Verbreitungsform. Deshalb heißt mein Beitrag zum Digital Bash am 30. November auch, wie viel Automatismus verträgt Ihre Stellenanzeige. Darin zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Stellenanzeige so in Form bringen, dass Ihre offenen Positionen für potenzielle Kandidaten nach wie vor sehr interessant sind. Jetzt am besten gleich anmelden.